Guten Abend. Ja, wir sind vom Golden City. Wir fangen an mit Musik. Ihr könnt mitsingen. Unsere Stadt. Bist du bereit, Ramon? Wir bereit. Und breit. Bada, bada, leere, bunte Zigaretten, Schachten und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Weg vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mein Zuhause. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zuhause. Bada, 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 bada. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand ne Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollt gern von ihm das Küssen lernen. Na, 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 na. Aber seine Küsse waren ein Blitz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben. Na, 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 na. Wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. Ihr dürft mitmachen. In dieser Stadt war ich mal zuhause. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zuhause. Bada, 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 bada. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt verhält. Heute nach allein durch weinte Nächte, halte ich es vor ein wenig mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt wach ich mal zuhause. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt wach ich mal zuhause. Ich muss aber nach vorne. Meine Damen und Herren,ramona Areola,ramon Locker vom Grund. So, jetzt wird es abgefahren. Also das Golden City, wer kennt das nicht? Natürlich die Auswärtigen, aber vielleicht auch manche hier. Ach, das sind ganz wenige. Das Golden City war einmal die bekannteste Hafenbar von der Bremer Hafenmeile. Da, wo die alle Seeleute die Taschen voller Geld ausgaben in den 50er, 60er Jahren, war dieser Club bis Saudi-Arabien, bis New York bekannt. Jeder Käpt'n kannte das. Wir haben diese Story recherchiert und ich will Ihnen sagen, wir haben auch in dieser ganzen Geschichte irgendwann einen Moment gehabt, wo ein Plan entstand. Den nächsten? Michael? Ah, ja. Das ist der Moment, als Ramon und ich mit anderen zusammen einen noch bestehenden, alten, verranzten Hafenbar-Club namens Krokodil, wo Bulgarinnen und Jugoslawien heute noch dem Geschäft nachgehen und auch immer noch Freddy unter fremden Sternen in der Musikbox ist. Und wir haben dort ein 72-Stunden-Hafenbar-Event gemacht. Durch über die Nacht, mit allen zusammen, mit der Hafenwirtschaft, mit der Betreuungsorganisation, mit den Bürgern des Stadtteils. Und wir hatten als Eröffnung voll die bescheuerte Idee. Wir haben gesagt, wir malen auf den ehemaligen Grundrissen des Golden City einfach nochmal unsere Hafenbar auf und machen mit Frau Kulturstaatsrittin Emil Scholz eine feierliche Eröffnung zu Anfang. Haben wir gemacht, so sah das aus. Und drei Jahre später gab es tatsächlich die temporäre Hafenbar-Gosen-City. Das war dieses Ding, da haben wir fünf Jahre jetzt Hafengeschichte, Musik, Theater und Stadtdialog in der Überseestadt, in diesem neuen Beton- und Business-Revier gemacht. Also Feierlaune und viele Veranstaltungen in einem Stadtteil, der irgendwie noch nicht richtig lebendig werden mag. Jetzt im Moment dieses Jahr sind wir im Lankenauer Höft. Das ist eine alte Ausflugsgaststätte. Da gab es Probleme, weil dem alten Betreiber wurde gekündigt. Und der ganze Plan von Bremen, ÖPNV auf dem Wasser irgendwann mal möglich zu machen, drohte zu scheitern. Und wir haben gesagt, alles klar, wir gehen da rein. Wir sind jetzt dieses Jahr mit einer Zwischennutzung im Lankenauer Höft. Da gibt es eine kleine Fähre, da gibt es den ÖPNV auf dem Wasser, da gibt es viele Veranstaltungen. Beim nächsten kann man mal sehen, wie es bei uns so zugeht. Da ist Ramon auch zu sehen, der hat bei mir musikalische Früherziehung seit fünf Jahren auf der Bühne und kann schon recht gut, hat man eben gesehen, recht gut Flöte spielen. Ich habe noch ein Bild. Warte, kommt da noch eins? Ah, alles klar. Ich habe kein Bild mehr. Nein. Es ist nämlich so, als Ramon zu mir kam und gesagt hat, Ramona, ich habe eine voll gute Veranstaltung, wo wir auftreten können, die Wohntage. Da habe ich gesagt, Ramon, willst du da Schnaps verkaufen oder was? Wir sind eine Hafenbar. Was soll denn das? Und dann sagt er, nee, das ist voll in. Weißt du, Ramona, Zukunft. Das ist gerade total in. Und dann hat er mir gesagt, es gibt da so neue Methoden und ich soll was ausprobieren mit euch. Und jetzt hat Ramon irgendwie hier so Zettel verteilt. Und wir waren ja hier bei euch auf den Wohntagen auch zu Gast und ihr wart auch alle da und wir haben sehr viel gehört. Aber jetzt wollen wir nochmal das quasi so akustisch die Atmosphäre hörbar machen von dem Ganzen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einmal aufsteht, euren Zettel zur Hand nehmt und ich sage eins, zwei und und dann sagt ihr das, was da draufsteht. Das macht Spaß. Achtung, fertig, los. Und eins, zwei und. Das ist fantastisch. Aber ich meine, die Leute hier haben mit Energie und Emotionen gearbeitet. Das könntet ihr jetzt, ihr wart vielleicht nicht alle dabei, aber das könntet ihr abbilden. Also, jetzt nochmal mit Emotionen. Und eins, zwei und. Meine Damen und Herren, die Zukunft Brems, sie liegt vor uns. Jetzt gibt es, Ramon, der ist echt verrückt, der hat sich irre Sachen ausgedacht. Er hat mir zum Beispiel gesagt, es gibt rote Kärtchen und auf den roten ist nur alles mit Bauen und Beplanbar machen oder so ähnlich. Können mal die roten nur ihr sagen. Eins, zwei und. Alle sind gleich wichtig. Toll. Jetzt haben wir nochmal die Grünen, da geht es um Lebensqualität. Da hatten wir gestern viele Leute gehört, die tatsächlich hier wohnen und die auch von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und Lebensqualität ist etwas, was so sehr nach vorne gekommen ist im Laufe der Planung. Und deswegen nochmal die Grünen alle. Eins, zwei und. Mit der Lebensqualität, das entwickeln wir nochmal. Ja, das war jetzt unser Experiment. Ich würde sagen, Ramon, dann sind wir fertig, oder? Ja, wir können ja nochmal, wir waren ja gestern auch noch socialisen. Wir haben ja noch socialisen. Sie dürfen sich übrigens auch gerne wieder setzen. Sie haben das auch sehr schön gemacht. Und für die Grünen, da tut es mir gerade leid, ich habe da glaube ich nicht genug von verteilt. So, ja, wir waren da unten, gab lecker Häppchen, nach den ganzen Inhalten, meine Flöte. Oh Gott, oh Gott, so. Ja, so. Ja, und da waren wir dann so. Das hat Ramona dann so als Erfahrung in ein Lied, sie kennen das auch. Das gilt für verschiedene soziale Events, was jetzt kommt, aber man weiß nie, kann noch was bei rauskommen. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen. Ich muss mal eben... Lieben Sie Partys, ich finde Sie unbequem. Keiner kennt keinen, doch jeder sagt angenehm. Man steht herum, stumm, das Glas in der rechten Hand. Und wer zuerst schläft, das ist meistens der Verstand. Doch man plaudert weiter, wohlfrisiert und heiter. Bla, bla. Lieben Sie Partys, ich finde Sie kriminell. Jeder sagt reizend hier, doch er verdrückt sich schnell. Nur beim Gegrillten ist alles noch laut vereint. Und wenn man Pech hat, trifft man seinen Lieblingsfeind. Setzt man auf Gefühle, setzt man sich zwischen Stühle. Wie man sich bettet, so liegt man. Hört von fern den falschen Ton. Das ist die Kunst der Konversation. Das muss sein und wer's kann, den lebt man immer wieder ein, ja. Fahrt wär das Leben, geht best keine Partys mehr. Denn wo begebe man so viel Gespräch noch mehr. Die Langeweile ging vor, Langeweile ein. Und dieses Lied hier wird niemals geschrieben sein. Drum plaudern Sie ruhig weiter, wohlfrisiert und heiter. Bla, bla. Äh, entschuldigen Sie. Nett hier, ne? Angenehme Atmosphäre, würde ich sagen. Ja, nett. So, die Wohntage, die Hearings. Hm? Ja. Nett. Und die Themen, richtig nett. Ja. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht? Sagen Sie, darf ich Sie einladen zu unserer Premiere nächste Woche? Na genau, Höft, 31. August, 19 Uhr, Zukunftskommission. Es wird bestimmt nett. Ja. Nett, nicht? Nette Leute. Ja. Fahrt wär das Leben, geb es keine Partys mehr. Denn wo begebe man so viel Gespräch noch mehr. Die Langeweile ging vor, lange Weile ein. Und dieses Lied hier wird niemals geschrieben sein. Drum plaudern Sie ruhig weiter, wohlfrisiert und heiter. Blah, 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 Blah. Nett. Sehr nett. Vorsicht. So. Also, Ramona, das ist so eine Typ, die will immer alles wissen. Wie geht das? Planung, Entwicklung, Prozesse. Wie geht das? Und deshalb habe ich, also, warte mal, ich habe noch eine Überraschung. Eigentlich war jetzt Feierabend, ihr hättet jetzt eigentlich nach Hause gehen können, aber ich will das unbedingt noch, weißt du was, du machst einfach mal die Augen zu. Maike, nicht schmulen, ne? Nicht schmulen. Und nicht verraten. Ist auch für euch eine Überraschung. Ist auch für euch eine Überraschung. Ich habe eine Tür halt beschraubt in Golden City und die vor mir klebt. Kommt. Golden City-Tür aus dem Alpen, könnt ihr sie sehen? Kann ich. Aber nee, nicht schmulen. Ne. Es ist ja mehr wieder, ne, menschlich ist, wenn es nicht klappt, ne? So. Gut. Okay. Ramon hat recht auf den Mikro. Ja. Auf die Weise. So, Überraschung. Ja. Für dich jetzt Augen auf. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Wow. Ramon, was hast du denn da gemacht? Ja, das ist... Ey. Guckt euch das an. Alles drauf. Ja. Alles drauf. Gezieltes Marketing. Bau, Kultur, Identität. Nicht zu viel, nicht zu wenig Bars und Restaurants. Genau. Freie Sicht für freie Bürger. Ein Stück weit Innovation. Ne, gereinigte Seelen und Flüsse. Wertschätzung bei der Wohnungssuche. Ramon. Stolzes und extrovertiertes Wohnen. Das neue Bremer Haus entwickeln. Da war hier irgendwas mit diesen Boden-Dings, das finde ich jetzt nicht. Grundstücke-Clustern. Keine Monokultur des Wohnens. Stolzes und extrovertiertes Wohnen. Ey, Ramon, und sogar die Rollator-Garage hast du mit drin. Hab ich mit drin, von Nendil. Ja, das haben die wirklich, das ist eine super Idee. Nee, das sollten alle machen, finde ich. So, und dann hab ich sogar hier so versucht. Handlungsfelder hast du auch gemacht? Ich hab versucht, Handlungsfelder zu erstellen. Identifiziert? Ja, hab ich identifiziert aus all dem. Sieht man an dem Farben? Dankeschön. Rot. Das war auch echt schwer. Bauen und Bereitstellen. Also weiß ist Infrastruktur. Blau, behördliche und gesetzliche Vorlagen. Ne, Voraussetzungen hab ich also so gedacht. Bauen und Bereitstellen. Ja, Grün, Lebensqualität, hatten wir ja eben schon. Soziale Aspekte, ja. Und dann hab ich auch noch Megatrends. Und das ist auch noch mit hier. Rot, sehr teuer. Ja, ja, das kommt. Ah, okay, das kostet. Das müssen auch nicht alles auf einmal machen. Aber jetzt mal die Frage. Sag mal, das ist total irre. Du hast ja hier so eine Art Zukunftskommission gemacht. Ja, also erst mal hab ich das hier überhaupt alles zusammengekriegt in zwei Tagen. Und dann war ich auch bei diesen, äh, ich sag mal schnell, diese Beiräte, wie hieß das bei euch? Das war, der Akteursworkshop habt ihr gemacht, Online-Dialog macht ihr. Morgen ist auch noch Speeddating mit denen von der Behörde, ne, Steptischgespräche, dafür Augen. Egal. Aber das hier, die Zukunftskommission für die Wohntage, das hab ich so gemacht. Da hab ich in der Stadt geguckt, Stadt Bremen. Zukunftskommission 2035. Pläne und Zukunft. Das geht nach vorne. Ja. Ja, Herr Lohser hat das gestern auch gesagt. Der hat nämlich gesagt, mal gucken, wo die Reise für die Zukunft hingeht. Und recht hat er. Ja. Und dann war ich auch bei Carsten Siegling, ne, dem Bürgermeister hier in Bremen. Und hab so geguckt, wie das alles so, ne. Und, also pass auf, Ramona. Ich bin total perplex. Ich freu mich veransinnert. Ja, ja, danke schön. Du, echt so. Also. Ich nachts Verkäufer. Ich will ja euch. Ja. Ich kann groß haben. So, aus dem, ne, Rotlicht geschädigte Unternehmer hat für Norman Korn. So. Also, Zukunftskommission 2035. Wir haben also 17 Jahre Zeit. Ne. Und dann auch noch 487 Millionen mehr. Pro Jahr. Euro. Ja, Länderfinanzausgleich 2020. Nix mehr mit Spahn. Ist vorbei. Ja. Fast ne halbe Milliarde mehr. Im Jahr. Ja. Und dann. Was machen wir denn damit? Ey. Was machen wir denn jetzt damit? Was? Hat einer Carsten gefragt. Bürgermeister. Sag mal. Was machen wir denn jetzt damit? Jetzt sag doch mal. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt sag doch mal. Was machen wir denn jetzt damit? Was machen wir denn jetzt damit? Jetzt sag doch mal. Was machen wir denn jetzt damit? Du musst doch mal sagen. Was wir damit machen? Was machen wir denn jetzt damit? Und Carsten so. Zukunftskommission. Und 2035 ist Bremen so, dass das uns allen voll gut geht. Das machen die in Berlin auch. Die sind aber schneller. Die sind 2030 schon so weit. Ja. Und hier ist Stepp, Stadtentwicklungsplan, Wohnen. Die sind da auch 2030 schon ausgeführt. Dann haben die ja die Zukunft überholt quasi. Ja, die sind schneller als die Zukunft. Ja. So. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ey, wisst ihr was, wir machen einen Plan. Und dann hat er alle eingeladen. Immer wieder, immer wieder alle eingeladen. Die Steakholder. Also die Steaksholder von der Stadt. Also die haben jetzt keinen Steak in der Hand oder so. Die heißen einfach so Steakholder. Und die sind alle wichtig. Und das sind alle. Und alle sind wichtig. Also zum Beispiel hier. Hafenwirtschaft und Gesamtschülervertretung. Handelskammer und Kleingärtnerverband. Und Bildung, soziale Zentren, Innenstadt. Ja, und die kommen alle immer wieder zusammen. Und immer wieder. Und dann schreiben die das auf. Die Wünsche. Wie soll es sein? Also jeder in seinem Handlungsfeld natürlich. Wie soll es sein? Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Kann man sich auch nicht merken, so als Nachteule, ne? Verkehr. Also, die Straßen, die sollen gerade sein. Und nicht zu breit und nicht zu schmal. Und die Straßenbahn, die geht bis zum Wendebecken, mindestens. Und die Autos sind sauber und genug Platz für Fahrräder und auch nicht ganz so viel Stau. So, Bildung. Die Schulen sind gut. Bremen ist vorne. Peace alive. Die Kinder sind integriert. Kein Mobbing. Alle haben voll Lust, in die Schule zu gehen. Einzelhandel. Die Innenstadt, 1935, die ist belebt. Alle. Alle wollen da flanieren. Ne? Da wird verkauft. Schön Business. Aber auch Aufmerksqualität. Und die Alten, also und die Armen und alle anderen, die kriegen was ab. Also, von wegen soziale Spaltung und so. Und dann Digitalisierung. Alle haben einen Computer. Feinstes Internet. Immer und überall. Und jeder weiß, wie man eine Datenbank für TUI macht. Ja. So. So, alle treffen sich immer wieder und schreiben diese Wünsche auf. Und dann kommt das an eine Pinnwand. Ja. Und die in der Stadt, die haben das dann so richtig groß gemacht. Und ich habe das für euch, für die Wohntage, ein ganz bisschen kleiner nur gemacht. Also, hier diesen ganzen Kram. Also, hatten wir schon Handlungsfelder und auch sowas wie Wohnstiltypen. Und dann, wie war denn das mit diesen Bodendingsbombs da? Ich will mal Bodenverdichtung sagen. Aber egal. Und Gerechtigkeit. Ja. Und dann gibt es natürlich ganz wichtig die Kategorien. Kost viel, kost wenig, kost gar nichts. Und gab schon. Ne? Ganz wichtig. Also, zum Beispiel, keine freistehenden Häuser, kostet gar nichts. Ja. Also, alle, wo ein Kaisor ist. Alles, was man nicht will, ist billig. Das, was man will. Okay, da geht es dann los. Keine Haare im Treppenhaus ist auch günstig. Ganz billig. Einfach mal. Hier, keine Haare im Mund im Treppenhaus. Äh, umgekehrt. Ja. Aber dann, Ramona, dann geht das weiter. Weiterdenken. Nicht nur in der Stadt. Weiter. Global. Mega-Trends. Ja. Digitalisierung. Urbanisierung. Sharing Economy. Soziale Spaltung. Neo-Ökologie. Also, alles nochmal wieder runter. Neu sortieren. Und dann wird das diskutiert. In Perspektivgruppen. Oh, nee, ey. Was machen wir denn jetzt da? Beginnen. Was machen wir denn hier? Also, alles nochmal wieder neu gemischt. Und zack. Wieder an die Wand. Und, oh, Behörden hab ich vergessen. Die Behörden, die gucken auch. Die gucken. Die gehen hin, machen die Schublade auf und gucken. Oh, was hab ich denn da noch so? Und, hey geil, Wesertunnel. Auch seit den 70ern in Planung. So. Zack. Wesertunnel. An die Wand. Und jetzt fragt ihr euch alle. Ihr fragt euch. Was, Ramon, soll daraus werden? Und dann, alles wird noch einmal neu geordnet. Und dann wird verdichtet. Ja, es wird alles genommen und eingedampft. Wichtig. Was ist wichtig? Und dann alles, was oft genug gesagt wurde. Das ist drinne. Und alle, die dabei waren und immer dabei waren, die sind dabei. Und dann, 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 dann gibt es eine Broschüre. 24 Seiten. Hochglanz. Broschüre. Bremen 2035. Alles drinne. Bremen hat einen Plan. Bremen hat einen Plan. Und dann, Ramona, dann wird das verabschiedet. Äh, nee, weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist ja bald Wahl. Also man weiß jetzt nicht so ganz genau, ob jetzt Carsten oder Carsten und was die da und so. Aber Bremen hat einen Plan. Ja. Und das habe ich auch. Ich habe alles zusammen für euch. Ich habe alles. Ich habe eine Pinnwand. Ich habe Karten. Ich habe die Wünsche. Broschüre kommt auch bald. Und jetzt. Jetzt. Frau Reuter. Frau Reuter. Wo ist sie? Herr Sönemann. Da. Und jetzt macht ihr beiden mit allen zusammen einen Plan. Na ja. Vielleicht erst mal wirken lassen. Warum mache ich denn ständig all die Pläne? Die Zukunft wird aus Erdtümern gemacht. Nen Stern in der Nudelsuppe kannst du nur finden. Vielleicht wurden viel zu früh zu spät. Was bleibt ist die Hoffnung auf den Beweis, dass die Planung nicht vergebens war. Oh, Ramon. Ey, Pläne. Zum Beispiel beim Lankenauer Höft, wo wir jetzt sind. Habe ich mich umgeguckt. Neustädter Hafen, ne? Kennt ihr vielleicht. Neustädter Hafen läuft gut. Läuft super. Schwer gut Spezialhafen. Ein Glück. Ein Glück. Aber weißt ihr, wisst ihr, was die Zukunft 1960 war? Fünf Hafenbecken. Und eins davon mit einer Überdachung. So zeltartig wie später beim Olympiastadion. Von Frei Otto auf 19 fehlen. Damit die Schiffe unter das Dach fahren können und die Baumwolle nicht nass wird. Und dann kam die Baumwolle in Containern. Neustädter Hafen läuft. Ein Glück. Oder andere Seite gegenüber. Ja. Weltraumerlebnisse. Space Park. Zukunft 2000. Wissenschaft im Einkaufszentrum mit Rakete. Ganz groß. Einzugsgebiet. Millionen. Einzugsgebiet bis Duisburg. Ganz groß. Und was haben wir? Primark. Primark läuft gut. Da kommen die Leute aus Norwegen mit Ryanair nach Bremen. Und zwar alles junge Leute in unserer Stadt. Zum Billigschappen. Ramon, meinst du solche Pläne? Zukunftskommission. Warum machen wir denn ständig all die Pläne? Wenn die sicherste Bank darin der Job des Planers ist. Keine Angst. Ein Primark wird schon überbleiben. Vielleicht morgen viel zu früh, zu spät. Und wir wetten noch auf den Beweis. Nicht wieder die rote Laterne zusammen. Haben wir hier mal einen Stift? Ist kein Stift? Herr Sönemann, wenn's hier kein Stift vielleicht? Da kommt einer, ich hab einen, ich hab einen. Der muss eigentlich groß sein, aber hast du auch... Der ist ein Kleid. Hier ist ein Edding, hier ist ein Edding. Edding! Alles da, alles da. Komm, komm. Okay. Was hat das denn denn? Die Show gescheitert. Ja, ja, ich weißt du, ich, ich, ich wein. Ich dachte, du brauchst so ein Papier. Ja. Was hat das denn? Nein, nein. Musik Momentan ist richtig, momentan ist gut Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand Ist nichts Vergebens, ich bau die Träume auf den Sand Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und frei Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt Weil er schwärmt und stillt, bewärmt, wenn er erzählt Weil er lacht, weil er lebt, du fährst Musik Das Firmament hat geöffnet, Wolkenlos und Unseherbleib Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt und das geht ab Teil mit mir dein Frieden, wenn auch nur Geburt Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft Weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt Und weil er lacht, weil er lebt, du fährst Oh, balala, balala, lebt, du fährst Ist es okay? Alles auf dem Weg und es ist Sonnenseit Und getrübt und leicht Und der Mensch heißt Mensch Weil er vergisst, weil er verdrängt Weil er schwärmt und glaubt Sich anlehnt und vertraut Weil er lacht, weil er lebt Du bist auch schon okay Es tut gleichmäßig weh Es ist Sonnenseit Ohne Plan, ohne Geleit Und der Mensch heißt Mensch Weil er erinnert, weil er kämpft Weil er hofft und liebt Weil er mitfühlt und vergibt Weil er lacht, weil er lebt Du bist auch schon okay Da 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 Vielen Dank, vielen Dank, Ramona Ariola, Ramon Locker, vielen Dank, dass ihr hier sein dürftet. Vielen Dank, dass ihr hier auftreten dürft, auf euren tollen Wohntagen. Die Türen nehme ich aber wieder mit, die brauchen wir noch. Vielen Dank, wir haben für die Einladung. Vielen Dank. Also ich so als Laie, als Wohnlaie, ich war total erstaunt, wie viel es so um Emotionen geht, hier bei diesem Thema. Und Stadt, Menschen, Sommer, Liebe. Also ich dachte, du wolltest den Leuten erzählen, wie wir beide. Ja, aber das war ein bisschen außerhalb, aber es geht um Emotionen. Und wer will, darf mitmachen. Okay. Es ist wie der Sirenen-Gesand, lockt. Ja. Es war ein schöner Tag. Der letzte im August. Ja, und die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst. Die Luft war flirrend heiß. Und um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heut keine Zeit. Und da traf ich sie und sah in ihre Augen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Ich war 16 und sie 35 und über Liebe wusste ich nicht viel. Und sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Oh, ich war kein Kind mehr. Irgendwann, alle. Und da, du, da, du, da, du, da, du, da. Und da. Es war Sommer. Sie gab sich so, als sei ich überhaupt nicht da. Und um die Schultern trug sie nur ihr langes Haar. Ich war verlegen und wusste nicht wohin. Mit meinem Blick, der wie gefesselt an mir hing. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen. Nur weil du jung bist, weißt du nicht, was du fühlst. Doch dann bei mir, bis die Sonne rot wird, dann wirst du siehren. Da, 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 da. Wir gingen beide hinunter an den Strand und der Junge nahm schüchtern ihren Horn. Doch als ein Mann sah ich die Sonne aufgeh'n. Und es war Sommer. Da, 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 da. Und es war Sommer, das erste Mal im Lüben. Und es war Sommer, das allererste Mal. Als ein Mann sah ich die Sonne aufgeh'n. Und es war Sommer, das erste Mal im Lüben. Als ein Mann sah ich die Sonne aufgeh'n. Als ein Mann war's, das erste Mal im Lüben. Und es war Sommer, das erste Mal im Lüben. Da, 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 da. Was machst du? Ich? Nix. Komm mal, Lata! Komm mal, Ariola! Herzlichen Dank! Dankeschön! Viel Spaß noch morgen bei den weiteren Publikumsgesprächen. Es hat uns sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank!